Ja, bei mir jetzt ein, ich denke, überglücklicher Tobias Karst. Das erste Spiel direkt drei Punkte gegen eine relativ gut einzuschätzen Neuerburger Mannschaft, die sicherlich heute auch ein bisschen Ersatz geschwächt war. Dabei sah es am Anfang gar nicht gut aus. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen schildern, wie die Phasen des Spiels waren. Ja, sie sind die ersten 20 Minuten gar nicht in das Spiel gekommen. Da hat Neuerburg uns richtig Schneider abgekauft. Aber dann nach 20 Minuten nach dem Gegentor sind wir richtig reingekommen, haben die Zweikämpfe angenommen. Da hatten wir gesehen, was wir von Anfang an vor hatten. Wir wollten gewinnen. Das haben wir uns Gott sei Dank heute auch verdient, weil wir ein Spiel richtig reinkommen. Ich denke mal, so Kampfeinsatz ist die absolute Stärke deiner Mannschaft. Hier auch der Platz. Da muss man rustikal spielen und das hat sie super umgesetzt, oder? Das ist der Plan. Muss man leider sagen mit dem Platz. Ich wünschte mir, hätten wir auch ein anderes. Wir wollen eigentlich Fußball spielen. Aber genau auf dem Platz muss man eben so spielen. Zweikämpfe kommen und robust spielen. Was ist diese Saison von euch zu erwarten? Klassenheit auf jeden Fall. Und alles, was drüber ist, holen wir mit.